Hallo, hier ist Ronja und wir spielen heute nochmal Skylands und zwar mit Disney-Charakteren. Ich bin Minnie Maus, Flo ist Mickey Maus, Julian ist Donald Duck und Topps ist ein Goofy, glaube ich. Okay. Topps ist Wolf. Ich bin Schaaf. Wir spielen wieder mit den normalen Sachen, die Thanos-Modus-Dinge. Wir wissen, Topps ist mit einer Katze verwandt. Nee, Topps hat eine Katze gegessen, deswegen. Meinst du, du würdest dich gut mit meiner Katze vertragen? Oh, ich hab ein Holzschwert, easy. Ist Topps auch so klein wie die Katze? Nö, die würden ihn einfach auffressen. Hey, die sind erspielt, nicht aggressiv, Flo. Topps auch aggressiv. Ronja ist ja aggressiv von denen. Ich bin nicht aggressiv. Doch, Ronja ist aggressiv. Nein, ich bin nicht aggressiv. Ronja ist die Anführerin. Die Katzen müssen ein Beispiel folgen haben. Irgendwie verlaufe ich mich die ganze Zeit in dieser blöden Festung. Wer auch immer die gebaut hat. Tops, Hust, Schimmel. Das war nicht Schimmel. Ich glaub, es war Schimmel. Ja, aber ich hätte sie umbauen können. Ich hätte sie umbauen können. Ach, Gott, ja. Hätte, hätte. Wollen sie jetzt noch eine Forderung stellen? Topps ist gerne eine Kette. Okay. Ich hab schon viel gelootert. Ich hab 20 Rubinen. 20? Ja, 21. Ja, ich hab 20 Dias. Ich hab 30. Alles klar. Julian ist ein Schimmel. Wo kriegt man eigentlich die Diamanten hin? Warte. Okay, kurze Zwischentrage. Enderperle ist Band, oder? Oh, die Kissen schon, Julian. Hä? Ich schieße eine Enderperle. Enderperle ist Band. Auf der Map? Ähm. Ich crash die Map, wenn ich eine Enderperle werfen würde. Ich glaub auf der Map nicht. Ich weiß es nicht. Wollen wir trotzdem sagen, es ist gebannt? Oder riskieren wir es? Ich habe es gerade gemacht. Es ist nichts passiert. Okay, ja. Auf der Map darf man es. Okay, gut. Ich habe nämlich drei. Oh, oh. Wer ist im Boot? Oder Schiff? Ich nicht. Oh, warte doch, ich. Ah ja. Also hat Ronja gelogen. Ich habe es erst nicht als Schiff identifiziert. Oh, hast du dich gerade auch geändert? Ja. Ich bin am Dach oben. Also oben. Komm mal da hoch? Also ich finde mit einem Perle schon. Wie denn? Du musst aber hochwerfen, oder? Warte, kann ich da holen? Hey, ist gar nichts. Nein! Ja! Es ist Tobias. Ich kann nicht wiederbeleben, Ronja. Halte durch, Ronja. Richtig, Tobes. Es ist Tobes, 100%. Nice, vielen Dank. Oder so. Es ist so. Zu Glück bin ich so für heute. Der ist für dich. Oh, nein. Willst du meine Erste nicht enderpeisen? Ich kann sie nicht benutzen. Gib mir einen Ruby. Ich habe leider keine Ruby. Das war Randomizer. Okay. Warum brennt ihr was? Oh nein, danke. Nice. Das brauche ich nicht. Es war ein Randomizer Tobias. Jönet hat mich nach oben teleportiert. Er ist, er ist, er ist Golf. Randomizer. Ich habe Tobes ganz hoch aufs Schiff teleportiert. Ich bin Julia und ich bin mit. Nice. Tobes, wie ist es da oben auf dem Schiff? Eigentlich ganz so luftig. Ah! Schönen Ausblick. Hä? Flo war der Wolf? Oh Gott, ich war Wolf. Ich wusste gar nicht. Wow. Wow, Flo. Einfach wow. Nice. Ich habe Ronja wiederbelebt. Nice. Ich dachte erst, Tobes hat mich wiederbelebt, weil er ja offen sagte, er macht es. Ich hatte 50 Gold. Ich wollte dich wiederbelebt. Danke schön. Ich dachte, ich bin scharf. Gut. Ein A-Team, ey. Flut, da war das Problem. Flut, hast du wieder gedacht, das darfst du nicht. Tobia. Tobia. Ja. Jetzt bin ich ein Scharf. Ich bin auch ein Scharf. Bin ich da? Ne, bin ich hier. Ich auch. Ja, es ist Tobes. Es ist Tobes, weil das letztes kackelt. Ja. Aber es ist oft so, ne? Wer ist halt der letzte sagte. Ja. Es ist wirklich so. Es gibt eine Studie. Oh, gibt es da eine Studie? Hm. Klingt logisch. Flo ist nochmal safe. Flo ist nochmal safe. Es ist safe nochmal. Nein, es ist Tobias. Tobias. Aber Tobias, würdest du, wenn du das sagst, nicht von dir ablenken? Ja. Tob senkt ab. Ey, lohnt sich eigentlich jetzt der liebes Wetter? Äh, ich glaube nein. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Du kriegst irgendwie nur vier Herz, wenn du ein halbes Herz bist. Halber Herz. Ich dachte, der portet dich weg. War da nicht was? Oder portet dich weg? Ich glaube, der soll nicht das porten. Oh. Oh mein Gott. Ich glaube, das war sehr laut. Schlammste. Ich meine, es war weniger laut als dein Headset-Mikrofon. Aber es war sehr laut. Oh, ich hab Unsichtbarkeitstrang. Oh nein. Okay, wenn irgendjemand von euch stirbt. Ich hab 63. Stirbt. Ich hab 63 Gold. Das heißt, ich kann euch wiederbeleben. Alright. Sie können uns wiederbekleben. Haha. Haha. Tops. Grawlidincho. 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 Legit. Alle Witze, die Tops macht, sind auf dem Level. Es ist nicht mehr feierlich. Das ist eigentlich schon. Er hört nicht auf. Er macht immer weiter. Du bist so. Don't stop believing. Na 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 na. Ne. Ups. Ich sollte mir überlegen, dass ich vielleicht meine Q-Taste irgendwann doch hin tue. Oh, dann habe ich mir gefallen. Oh, das ist nicht gut. Q-Taste. Du gibst dir den Q-Taste woanders hin. ok jetzt habe ich über einsteck das kann ich mir ein schickes kaufen wenn ich wirklich bei was ist wenn jemand stirbt jetzt julian bei mir ich habe alle schwerte was man haben können kommen kann ich bin nicht ich bin ich nicht ich geht es ich getesten weil ich kaufe mir ich wollte dich rote schlagen ich verdächtige ihn das andere richtung laufen die kommen doch genau hier lang ich will nicht das wie nur ich glaube ich glaube das ist ein gutes motiv für dich und du bist wahrscheinlich ist da ist das ist da also wenn floh jetzt auch von der einen seite kommt kann ich von der anderen seite ich bin groß ich bin rondolf ich bin groß immer noch ich kann nichts machen weil flot schwimmt ich würde sagen sie ist dein leben zu spaß und gar keine kisten ich komme nicht in die wildmüllerei ich bin so groß kommt nicht in den windmüllereien das ist natürlich scheinbar da muss ich dich töten immer die gleichen ich kann nicht unter den baum gehen das ist ein schweiziger der das ist ein schweiziger Das ist eine schöne Farbe. Das ist eine schöne Farbe. Meine Nase juckt. Hey Leute, gehen wir testen? Ah ja, ich kann nicht rein gehen. Das ist bloß zu groß. Wahrscheinlich hat Jürgen einfach gewollt und hat einfach Pech gehabt. Den will ich nicht. Ah, will ich nicht. Das ist einfach Jürgen. Jürgen, ich könnte vielleicht versuchen, wiederzubeleben, wenn du stirbst. Nein, nein. Was denn? Oh. Ich geh auf die ganzen Wege ganz groß. Oh, das ist eine Ender Pro. Ja? Wo soll ich raus? Das ist schön. Oh, da mach Jürgen hier schon. Hi Jürgen. Hi, wo auch immer du bist. Ist die Hitbox dann auch so groß oder ist die klein? Dann mal kann ich hier rüber. Oh nein, sie ist vieles davon. Die ist genauso groß wie Flor. Ich hab's geschafft aufs Schiff drauf. 1,82 Kilometer, bitte. Tops hat keine Größe. Tops ist einfach Tops. Jürgen ist hinter mir. Ich kann nicht testen. Ich kann hinter dir. Geh doch mal testen. Jürgen, ich hab Jürgen, du willst mit absichtlichen Tester gehen, oder? Kann das sein, dass du der Wolf bist? Wer ist da oben? Das ist schon verdächtig. Guck mal, du bist direkt beim Tester und geh doch mal rein gehen. Ich bin's nicht. Doch, Flo ist es wieder. Nein. Es ist Tops. Hä? Oh. Nicht killen, nicht killen. Ich bin's nicht. Doch. Flo ist es wieder. Nein. Es ist Tops. Hä? Oh. Nicht killen, nicht killen. Nicht killen, ich bin freundlich. Ey, schlag mich. Hör auf, ich hab eineinhalb im Herzen. Wieso sterben wir eigentlich? Ich hab ungefähr in der Runde gespielt, denn das sind alle. Warum? Flo hast du Tops gekillt. Es ist Ron, ja. Ja, ach nee. Warum? Hast du alle gekillt, oder wie? Ich hab Flo gekillt. Es sind zwei Leute gestorben. Ich hab nachgedacht, nachdem ich, ja, links gedrückt hab. Was? Ich bin verwirrt. Wieso sind zwei Leute tot? Ich wiederbelebe dich Tops. Ah, Flo. Hoffentlich Flo. Ich bin Tops. Wieso seid ihr solche Mörder? Finde ich nicht gut. Ich hab 45 Gold in einer Chess gekriegt. Nice. Toll. Wo bist denn du, Julian? Wollen wir ein 1 gegen 1 starten? Ja. Ja. Ist nicht gut. Ich bin beim Boot. Ich bin im Gang. Ich brauche nur noch... Moment. Wenig Geld. Das ist schön. Wirst du mir 5 davon geben? Dann kann ich mir eine Grodus kaufen. Wäre doch was, oder? Nein, nein. Ist jetzt schöner. Wo bist denn du? Halbes Herz hab ich gehört. Bin jetzt 10 Meter runtergesprungen und nicht gestorben. Mit Fiatzen. Hey, Julian. Zeig dich doch mal. Oh nein, warte. Jetzt hab ich eine Heavy Duty. Und ich kaufe mir noch schnell einen Weapon Case, damit es auch fällt. Wenn ich Tops wiederbelebe, dann kill ich ihn instant. Oh oh. Ich find's gut, dass Julian den Sinn des Spiels erkannt hat. Dass man Tops killt. Rette mich bitte. Tops, ich bin Wolf. Ich werd dich nicht retten. Ich will... Please. Tops. Dann verliere ich. Ich will gewinnen. Außer, du versprichst, dass du Julian tötest. Käffi, Julian töten. Okay. Ich sammle Gold, okay? Ich rette dich, Tops. Gutes Argument. Julian? Oh, nice. Ich hab grad viel Gold gefunden. Das ist ein guter... Ich brauch Gold. Brauch auch Gold. 48. Brauch nicht mehr viel. Tops, ich rette dich. Aber was, wenn ich Flo wiederbelebe? Flo... Hilfst du mir, Julian zu töten, wenn ich dich wiederbelebe? Oh oh. Nice. Ich kann kein Render-Meißer kaufen. Irgendwie. Ja, das geht irgendwie manchmal nicht. Das ist verbuggt. Äh... So. Ich brauche noch 12 Gold. 12 Gold sollten... Okay, nice. Jetzt brauch ich nur noch 6 Gold. Nice! Okay. Ich hab ne Idee. Äh... Wo ist es? Wo ist es? Warte! Man kann als Wolf gar keinen Lebensrat erkaufen, oder? Wo bist du? Ich kann... Ich kann dich nicht wiederbeleben. Ich kann kein Lebensräter kaufen. Ah! Ich hab'n dir Schwert. Nein! Wo bist'n du? Äh... Mine. Kauf dir... Wehm'n Dungeon hier. Oh oh. Aber ich... Warte, warte, warte. Warte, warte. Wie viel? Ich hab'n Problem. Ich hab' jetzt keine Kill-Coins gekriegt. Das find' ich super enttäuschend. Deswegen kann ich mir nichts Fanziges kaufen. Äh, weil Julian ja einfach alle getötet hat. Warte. Bank des Lebens. There you go. Ah, da bin ich! Nice! Töten Julian hab' ich gehört. Julian hab' ich mich gekillt. Finde ich schon frech. Julian, wo bist du? Julian, wo bist du? Julian, wollen wir uns beim Brunnen treffen? Wär das nicht schön, wenn wir uns beim Brunnen treffen würden? Einer Sekunde. Tops, ich hab' versucht, dich wieder zu überleben. Ich hab' doch keinen Einfluss drauf. Warum? Hat Julian dich wieder gekillt? Nein! Nee, er ist so durchsprünglich geworden. Wir haben dich nicht gekillt. Wir haben dich nicht gekillt. Wir haben dich nicht gekillt. Oh, Eisblade. Komm mal bitte. Wo bist du denn? Ist ja schön, wenn du die ganze Zeit Sachen siehst. Ich würd' dich gerne töten. Können wir das einrechnen? Ich bin am Spawn. Am Spawn? Das ist gut. Ich bin auch am Spawn. Du bist nicht am Spawn. Ich bin am Spawn. Du bist ein Lügner. Nein, bist du nicht? Ich bin am Spawn. Ich bin runtergefallen. Ah! Wo bist du? Hier. Komm her. Komm her, Julian. Komm her. Nein! Nice! Ja, Ronja, hättest du nicht so'n Beta-Welt wiederbeleben müssen, ne? Also hättest du mich schon zurückholen müssen, dann? Dass ich gar nicht kontrollieren will, ich dich zurückhole. Was hat Flo gemacht? Puh, Flo, ich hasse dich. Warum züchtest du mich aus an dem Flo? Ich warte einfach. Echt? Du warte jetzt auf! Dum, 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 dum! Ich bin VB Golf, brumm, brumm! Was ist der? Hey, du hast mir meine Hose weggenommen! Ich soeine Lederhose. Ja! Der Wolf ist nämlich jetzt ansteigend. Julian hat meine Lederhose. Ich töte Julian. Wenn wir den Dings ums da. Ich weiß nicht, ich will Flo töten, weißt du? Einfach dafür, dass er in der letzten Runde einfach geranoncated hat. Du bist ja auch in der letzten Runde geranoncated. Ich hatte eine einfache Wolf-Runde, kann ich nur sagen. Nein, ich komme nicht hoch. Übrigens gibt es hier eine richtig kritische Stelle, wo man einfach runterfallen kann. Ui, das ist nicht schön. Ich finde ständig Enderperlen, das finde ich nicht gut. Die sollte staatlich untersagt werden, diese Stelle. Weil Enderperlen sind die Scherde. Ich habe immer noch kein Scherz, by the way. Alles klar, dann gehen wir auf Julian, oder? Nein, ich würde auch sagen, einfach Julian töten. Für mich runter! Hey! Uuuuh, ich habe ... zu Herzen. Uuuuh, lieber Uni, du hast so viel Schaden. Ich habe drei Herzen. What? Was hast du denn da? Ich habe zwei Herzen. Critical Hit. Ja, äh, hä? Critical Hit, so? Das ist doch ein Witz, das gibt es überhaupt nicht. Doch, wirklich, wenn du springst und einen Hit machst, machst du Critical Hit. Ehrlich? Ja, setz jetzt mal Flo aus, ich boost dich, ja? Tops macht auch immer einen Critic Hit, wenn er springt. In real life. Äh, ich, ich, ich bin hinter ihm. Oh, ne, ich bin nicht mehr hinter ihm. Hier, hier, komm, der ist da oben. Ja, da komme ich nicht hoch, warte. Ey! Oh, nein! Ist Flo dabei? Ich habe Tops sein Slime Pad weggemacht. Nice. Good one. Warte, ist dir mal runtergefallen? Ich habe ein Slime Pad. Ein Slime Pad. Ein Slime Pad. Äh. Bin ich Wolf neblich? Ein Michelin Pad. Mhm. Ein Turbina Pad. Oh, hier rollt jemand. Moment. Äh, es ist Tops. Nein. Doch. Tops. Tops. Ronja, hast du noch ein paar Markte für mich? Nee. Bitte? Nee. Bitte? Ah! Ich bin Tops. Ich bin Tops. Ah! Warte. Warte, sterbe ich, wenn ich mich rüber in der Perle? Ich denke nicht. Tops, wo bist du? Tops, wo bist du? Tops macht zwei Damage Schaden. Tops macht zwei Damage Schaden. Oh, nice. Okay. Danke. 2. Herzen. Wer auch immer, als erster stimmt. Ich wieder blieb hin. Das ist gut. Das ist schön. Das freu ich mich. Hoffentlich nicht Tops. Hoffentlich nicht Tops. Ich hab ne Heavy Duty. Und ein Steinschwert. Na? So ist Florian. Florian! Ich bin gar nicht da. Florian, Karl. Los. Ich vergesse immer, dass du Karl mit zweiten Namen heißt. Dann denke ich, ich glaube es macht einen Witz, aber du heißt ja wirklich so. Ronja heißt mit zweiten Namen, Schackeline. Ich hab keinen zweiten Namen. Schackeline. Oh. 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 Meine Enderperle hat nicht funktioniert. Äh. Ah. Ich hab die Enderperle so fliegen gesehen. Ich dachte mir, ja. Gut. Gut gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Ich war an einem Ort, wo ich sonst nicht rausgekommen wäre. Der Herrgott. Rubina. Was ist das für diese Folge? Wenn es euch gefallen hat, dann einfach zu sehen. Ah. Super. Neue Folge wollte ich mir sagen, oder? Was? Echt? Der ist jetzt am besten in diese... Wuuuuh. 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 Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Wuuuuh. 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 Wuuuuh.